Die täglichen Corona-Todesfälle sind in den reichen Industrieländern seit Anfang des Jahres um ganze 80 Prozent zurückgegangen. Dahingegen hat sich diese Zahl in den Schwellenländern ohne China innerhalb desselben Zeitraums mehr als verdoppelt. Ein wichtiger Grund für diese unterschiedliche Entwicklung ist der Impfforsprung der Industrieländer. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte zeichnen sich jedoch eine massive Ausweitung des weltweiten Impfangebots und eine starke Beschleunigung der Impfkampagnen in weiten Teilen der Welt ab. Die Erholung der globalen Konjunktur dürfte sich somit im zweiten Halbjahr fortsetzen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research direkt. Bezogen auf 100 Menschen wurden in den reichen Industrieländern bislang ungefähr 50 Impfungen durchgeführt. In den Schwellenländern liegt dieser Wert gerade mal bei 25. Lässt man China außer acht sogar nur bei 15. Ruft man sich zudem die aktuellen Schreckensmeldungen zur Corona-Lage in Indien ins Gedächtnis, dann erinnern diese Zahlen eindrücklich daran, dass die Corona-Pandemie nur überwunden werden kann, wenn die Pandemie in praktisch allen Ländern zurückgedrängt wird. Für die Weltwirtschaft bleibt die Corona-Frage auch knapp anderthalb Jahre nach den ersten Fällen im zentralchinesischen Wuhan fraglos die Gretchenfrage. Und es gibt gute Nachrichten. Bislang mangelt es zwar vielerorts noch an Impfstoffen, doch im weiteren Jahresverlauf wird das Impfstoffangebot und somit die Verfügbarkeit des begehrten Mittels massiv ansteigen. Rechnet man die diversen Dosen der unterschiedlichen Produzenten zusammen, werden bis Ende des Jahres schätzungsweise 11,5 Milliarden Dosen verfügbar sein. Alleine die diversen Impfstoffe aus China machen schon fast vier Milliarden Dosen aus. Weitere drei Milliarden kommen von Pfizer-BioNTech. Es folgen AstraZeneca mit anderthalb und Moderna mit fast einer Milliarde Dosen. Von der Angebotsausweitung bis zur Überwindung der Pandemie ist es natürlich noch ein längerer Weg. Zwar reichen die bis Jahresende verfügbaren Impfdosen rein rechnerisch, um drei Viertel der Weltbevölkerung vollständig zu impfen, doch absehbare Produktionsschwierigkeiten, Verzögerungen bei Impfkampagnen und eine verminderte Impfbereitschaft in einigen Ländern sprechen dafür, dass eher höchstens die Hälfte der Weltbevölkerung bis zum 31.12. vollständig geimpft sein wird. Dennoch sind das gute Nachrichten, denn nach den erfolgreichen Impfkampagnen in den USA und dem Vereinigten Königreich lassen sich mit der massiven Ausweitung des Impfangebots auch deutliche Fortschritte im restlichen Europa sowie in den Schwellen- und Entwicklungsländern erwarten. Die Erholung der globalen Konjunktur, die bislang vor allem von China und den USA getragen wurde, gewinnt somit weitere Standbeine hinzu. Im zweiten Halbjahr lässt sich deshalb für die Weltwirtschaft eine Art Befreiungsschlag aus der Corona-Krise erwarten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und erfolgreiche Geschäfte. Vielen Dank.